Musik 39,3 Milliarden Euro Umsatz 2012 300.000 engagierte Mitarbeiter in 130 Ländern Die Deutsche Bahn ist eines der weltweit führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen. Ihr Know-how ist auf der ganzen Welt gefragt. 11,4 Millionen Reisende täglich, europaweit. Das längste Streckennetz des Kontinents. Ob Fern- und Regionalzüge, S-Bahnen, Busse, Fahrräder und Mietwagen oder Wassertaxis. Die DB bietet durchgängige Mobilität von Haus zu Haus. Und Logistikkompetenz rund um den Globus. Ob auf der Schiene, der Straße, per Flugzeug oder Schiff. DB Schenker knüpft effiziente Logistikketten. Musik Der Fernverkehr ist grün. Bahncard-Kunden reisen mit 100% Ökostrom. Auch für Waren geht es CO2-frei durch Deutschland mit Eco+. Die Deutsche Bahn setzt sich ein. Für attraktive Arbeitsbedingungen. Für die Umwelt. Und sie ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Das Unternehmensziel. Profitabler Marktführer dank erstklassiger Angebote. Top-Arbeitgeber für engagierte Mitarbeiter. Umweltvorreiter beim Umgang mit den Ressourcen. Die Vision? Die DB wird das weltweit führende Unternehmen für Mobilität und Logistik. Nachhaltig erfolgreich. Ökonomie, Soziales und Ökologie im Einklang. Für Menschen. Für Märkte. Für morgen. COPYRIGHT UNTERTITELUNG